Weil das ist, das ist, das ist der Wohlstand. JC, dankeschön für dein Follow. Ihr habt dead by daylight gestreamt, wie waren die Runden? Killer oder Survivor? Und, äh, Yelanya, auch danke dir. Auch danke dir für dein Follow. Ob ich dir auch eine Pizza bestellen soll? Boah, ich weiß nicht. Survivor war ganz gut. Ja, ich bin gerade auf Stress aus. Oh, ist das ein Bubba. Fuck. Ich bin hier in dem Schrank, Leute. Oh, das bringt gerade, glaube ich, nix. Hm, da haben sie meine Frontal-Plays nicht ganz verstanden. Night, gut geloopt. Hast ihn richtig lange hingehalten. Gut gemacht, Night. Survivor war ganz gut. Habt ihr SWF gespielt oder hast du Solo gezockt? Er facecampt, Leute. Oh, Night ist frei. Er Tüftler. Interessant. Ja, ist jemand drin. Oh, schmutzig, ha? Er ist ein Mann von Bambuse. Er ist ein Mann von Bambuse. Oh, der ist ein Mann von Bambuse. Oh, der ist ein Mann von Bambuse. Wooppa. Weiter geht's. Sie verletzten in dem Eck. Das bringt Bambuse. Geh wegmachen, Jen. Brüchstchen, geh wegmachen, Jen. Geh wegmachen, Jen. Geh wegmachen, Jen. Geh wegmachen, Jen. Geh weg, mach ein Jen. Geh weg, mach ein Jen Nein, krabbel da nicht rum Nein, geh weg, mach ein Jen 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 Okay, komm und rette mich Okay, komm und rette mich Okay, komm und rette mich Ich bin tot, hier ist nix, Mann What's the matter? Wow, my hands, bro My hands, what the fuck What the fuck, I'm one-handing it I'm one-handing the chillin' soul, bro What the fuck Ah, this is an easy video game, bro This is easy I've got two kills for one Jen I told you I'm the best fucking killer in the world I see you Oh, who's that? I said I think that's a J- Oh, a J- Wait Oh, shoot Oh, shit Oh, shit Mach ein Jen Mach ein Jen Mach ein Jen I hate you, bitch I hate you, bitch Nein, Flöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ne? Macht Jens! Ich bläh euch an, macht Jens! Ich bläh euch fucking an! Warum gammelt ihr alle hier? Macht doch einfach Jens und bestraft den Face-Camping-Robant! Jens! For fuck's sake! Jens! Jens! Kennt ihr das nicht gekriegt? Jens, Mann! Jens! 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 Generator! Generator verdammte Scheiße! Generator, Mann! Generator, Mann! Mach'n Generator, Mann! Also, was? Ja. Mach'n Generator, Mann! Jens! Jens verdammt Ey Früchtchen Es wird Zeit für den Jen 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 Hey Und Amjulia Danke dir für deinen Follow Los ran an den Jen Da links Früchtchen da links Hey Früchtchen links da war ein Jen Ja 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 Wärmer heiß Wärmer heiß Ganz heiß Richtig saftig Richtig heiß Oh ja Ist das heiß Amen Jen geschafft Hauptsache Hauptsache ihr zwei habt einen Klicker Makro Na Ihr absoluten Dullis Hauptsache ihr habt einen Klicker Makro Was für ein Mist Man Aber beide Neid Und Früchtchen Beide zwei Maden mit so nem Klicker Makro Ey Komm Mach nochmal das Makro Früchtchen los Makro nochmal Zeig Zeig dein Maschinengewehr Weg noche also großer бор Wenn es Noche Ich sch com Pech Martin h Inter and Dez Ich bestell mir jetzt ne Pizza. Bestell mir jetzt ne Pizza. Ich bestell mir jetzt erstmal ne Pizza. Ich krieg gerade Kopfschmerzen, wenn ich das seh. Also gucken wir mal rein, Lieferando ne. Wir haben es 3.20 Uhr, das ist ne gute Zeit für ne Pizza Bestellung. Vor allem unter der Woche. So, jetzt gucken wir mal rein, was haben wir hier? Pizza Blitz, ne. La Perla Delivery. Day and Night Pizza Pasta Burger Indisch Lieferservice. Ich hab's schonmal bei Day and Night bestellt. Und ich kann mich noch dran erinnern, wie dann einfach nichts kam. Das kam mir einfach gar nicht. Das war nur so. May Long 2018 Ich hab jetzt das Ausfluss benàngert. Ich hab' jetzt was, geil. Ich hab' jetzt. Ich hab' jetzt, was den Beat. Ich hab' dann das Was, geil. Ach du! Ich hab' da. May Long 2018 ich bin schon belohnen sie den killer also bestellen bei pizza blitz als ob der jetzt noch ein 4k macht oh mein Gott mann was was bringen die coins in Karten ich krieg dadurch mehr Zuschauer das ist eigentlich alles ich bin schon Vielen Dank.